Bis auf die Flasche Messwein. Und als sie zu Hause waren und den unglücklichen Fiaker bezüglich der Bezahlung für die langen Fahrten an das Kommando gewiesen hatten, sagte Schweg zum Feldkuraten, »Megagorsamst, Herr Feldkurat, muss ein Ministrant derselben Religion angehören wie der, was das Heilige Abendmahl verabreicht?« »Ja, gewiss«, antwortete der Feldkurat, »sonst wäre ja die ganze Messe ungültig.« »Also dann, Herr Feldkurat, ist ein großer Irrtum geschehen«, sagte Schweg, »ich bin nämlich konfessionslos, ich hab schon so ein Pech.« Der Feldkurat schaute Schweg an, schwieg eine Weile, dann klopfte ihm auf die Schulter und sagte, »Sie können den Messwein austrinken, der in der Flasche übrig geblieben ist, und dann denken Sie sich, Schweg, dass Sie wieder in die Kirche eingetreten sind.« Schwegs Glück als Putzer beim Feldkuraten Otto Katz sollte nicht lange wehren. Das unerbittliche Schicksal zerriss das freundschaftliche Verhältnis zwischen ihm und dem Feldkuraten. Der Feldkurat verkaufte Schweg an Oberleutnant Lukasch, oder besser gesagt, er verspielte ihn beim Kartenspiel. So geschah es, dass an einem Vormittag Oberleutnant Lukasch zum ersten Mal das ehrliche und aufrichtige Gesicht des braven Soldaten Schwegs erblickte, der ihm meldete, »Meldigorsamst, Herr Oberleutnant, ich bin der Schweg, den, was der Herr Feldkurat in den Karten verspielt hat.« Oberleutnant Lukasch war der Typus eines aktiven Offiziers der morschen österreichischen Monarchie. Die Kadettenschule hatte ihn zu einer Amphibie erzogen. Er sprach in Gesellschaft Deutsch, las tschechische Bücher, und wenn er in der einjährigen Freiwilligenschule vor lauter Tschechen unterrichtete, so sagte er ihnen vertraulich, »Seien wir Tschechen, aber es muss niemand davon wissen. Ich bin auch Tscheche.« Er betrachtete das Tschechentum als eine Art Geheimorganisation, der man besser von Weitem ausweicht. Sonst war er ein braver Mensch, fürchtete sich nicht vor seinem Vorgesetzten und kümmerte sich bei den Manövern um seinen Zug, wie sich's gebührt und gehört. Als Schweg kam, um Lukasch seinen Dienstantritt zu melden, sagte ihm dieser, »Der Herr Feldkurat hat sie mir empfohlen und wünscht, dass Sie seiner Empfehlung keine Schande machen. Ich habe bereits ein Dutzend Putzer gehabt und keiner davon ist bei mir warm geworden. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass ich streng bin und jede Gemeinheit und Lüge schrecklich strafe. Ich wünsche, dass Sie immer die Wahrheit sprechen und ohne Widerrede alle meine Befehle ausführen. Wenn ich sage, springen Sie ins Feuer, so müssen Sie ins Feuer springen, auch wenn Sie keine Lust dazu haben.« »Ja, wohin schauen Sie denn?« Schweg blickte mit Interesse zur Seite auf die Wand, wo der Käfig mit dem Kanarienvogel hing und antwortete, seine gutmütigen Augen nunmehr auf den Oberleutnant heftend in freundlichem Ton, »Meldige Horsamst, Herr Oberleutnant, dort ist dabei ein hübscher Kanarienvogel!« Und den Strom der Rede des Oberleutnants auf diese Weise unterbrechend, stand Schweg militärisch da und blickte ihm, ohne zu zwinkern, geradewegs in die Augen. Der Oberleutnant wollte etwas Scharfes erwidern. Allein als er den unschuldigen Ausdruck in Schwegs Gesicht bemerkte, sagte er, »Der Herr Felkurat hat Sie als ungeheuren Blödian empfohlen.« »Ich glaube, er hat sich nicht geirrt.« Und er fuhr fort, schweg alle seine Pflichten zu erklären, wobei er nicht vergaß, nachdrücklich zu betonen, dass Schweg treu sein müsse und nirgends erzählen dürfe, was zu Hause geschehe. »Zu mir kommen Damen zu Besuch,« bemerkte er. »Manchmal bleibt auch eine über Nacht hier, wenn ich früh keinen Dienst habe, und in so einem Fall bringen Sie uns den Kaffee zum Bett. Aber erst, wenn ich läute, verstehen Sie?« »Na, melde gehorsam's, dass ich verstehe, Herr Oberleutnant. Denn wenn ich unverhofft zum Bett kommen möchte, könnte es vielleicht mancher Dame unangenehm sein. Ich hab mir einmal ein Fräulein nach Hause genommen und meine Bettdienerin hat uns, gerade wie wir uns sehr gut unterhalten haben, den Kaffee ins Bett gebracht. Na, die ist aber erschrocken und hat mir den ganzen Rücken begossen und dann noch gesagt, »Guten Morgen wünsche ich.« »Nein, ich weiß, was sie schickt und gehört, wenn irgendwo eine Dame schläft.« »Also gut, schweigt gut. Damen gegenüber müssen wir immer einen ungewöhnlichen Takt bewahren,« sagte der Oberleutnant, dessen Laune sich besserte, weil das Gespräch auf einen Gegenstand gekommen war, der seine freie Zeit zwischen Kaserne, Exerzierplatz und Karten ausfüllte. Die Frauen waren die Seele seiner Wohnung. Sie schufen ihm ein Heim. Es waren ihre ein paar Dutzend und viele von ihnen bemühten sich, während ihres Aufenthaltes seine Wohnung mit verschiedenen Kleinigkeiten auszuschmücken. Oberleutnant Lukas führte auch eine umfangreiche Korrespondenz. Er besaß ein Album seiner Geliebten und eine Sammlung verschiedener Reliquien. Denn in den letzten zwei Jahren zeigte er eine gewisse Neigung zum Fetischismus. So besaß er verschiedene Damenstrumpfbänder, vier reizende, bestickte Damenhöschen, dünne Hemdchen, Padist-Taschentücher, einige Strümpfe und sogar ein Korsett. »Ich habe heute Dienst,« sagte er. »Ich komme erst in der Nacht. Passen Sie auf alles auf, bringen Sie die Wohnung in Ordnung. Der letzte Putzfleck ist wegen seiner Niedertracht heute mit dem Marschbataillon an die Front abgegangen. Nachdem er noch Anordnungen betreffend des Kanarienvogels und der Angorakatze getroffen hat, ging er fort, nicht ohne noch in der Türe einige Worte über Ehrlichkeit und Ordnung zu sagen. Nachdem er gegangen war, brachte Schweck alles in der Wohnung in beste Ordnung, sodass Herr Oberleutnant Lukas, als dieser in der Nacht nach Hause kam, melden konnte, »Melde, gehorsamst, Herr Oberleutnant, alles ist in Ordnung. Nur die Katze hat Unfug getrieben und den Kanari aufgefressen.« »Wieso?«, donnerte der Oberleutnant. »Ja, melde, gehorsamst, Herr Oberleutnant. Das kam so. Ich habe gewusst, dass Katzen Kanariefägel nicht lieben und ihnen gerne was zuleidet tun. So habe ich sie zusammen bekannt machen wollen. Und im Fall, dass die Bestie was unternommen hätte, wollte ich ihr den Pelz verbläuen, damit sie ihr Leben lang nicht dran vergisst, wie sie sich zu einem Kanarienvogel benehmen soll, weil ich Tiere ja sehr gerne habe. Da habe ich den Kanarievogel aus dem Käfig genommen und ihr ihn zum Beschnuppern gegeben. Und sie, der Aff, hat ihm, ehe ich mich versehen konnte, den Kopf abgebissen. Ich habe wirklich so eine Gemeinheit nicht von ihr erwartet. Ich habe die Katze ausgeschimpft. Aber Gott behitte, ich habe ihr nichts gemacht und auf sie gewartet, was sie entscheiden werden, was ihr dafür geschehen soll, dem Biest, dem Reitigen. Schweig schickte sich am nächsten Morgen gerade an, auszugehen. Als eine junge Dame klingelte und Oberleutnant Lukas zu sprechen wünschte. Der ist nicht zu Hause, sagte Schweig hart. Aber die junge Dame stand bereits im Vorzimmer und gebot Schweig kategorisch, tragen Sie die Koffer ins Zimmer. Ohne die Erlaubnis von Herrn Oberleutnant geht's nicht, sagte Schweig. Der Herr Oberleutnant hat befohlen, dass ich nie was ohne ihn machen soll. Oh, Sie sind ja verrückt. Ich bin zum Herrn Oberleutnant zu Besuch gekommen. Also davon ist mir nichts bekannt, antwortete Schweig. Der Herr Oberleutnant ist bereits im Dienst. Er kommt erst in der Nacht zurück. Von einer Dame weiß ich nichts. Keine fremde Person kann ich hier in der Wohnung lassen, weil ich für jede Kleinigkeit verantwortlich bin. Deshalb fordere ich Sie nochmals in aller Liebenswürdigkeit auf, Sie sollen sich nicht anstrengen. Solange ich keinen Befehl von Herrn Oberleutnant bekomme, kenne ich nicht mal meinen Bruder. Es tut mir wirklich leid, dass ich mit Ihnen so sprechen muss, aber beim Militär muss Ordnung sein. Inzwischen hatte sich die junge Dame ein wenig erholt. Sie entnahm ihrem Täschchen eine Visitenkarte und schrieb mit Bleistift ein paar Zeilen, legte die Karte in ein reizendes kleines Kuvert und sagte niedergeschlagen, Also dann tragen Sie das zum Herrn Oberleutnant. Ich werde hier inzwischen auf Antwort warten. Hier haben Sie fünf Kronen für den Weg. Oh, da schaut nichts heraus, sagte Schweig. Wenn Sie wollen, dann kommen Sie mit zur Kaserne. Warten Sie auf mich. Ich gebe Ihren Brief ab und bringe Antwort. Aber dass Sie derweil hier warten, das geht auf keinen Fall. Die junge Dame trat hoffnungslos auf den Gang. Schweig versperrte die Tür und ging voraus. Die Besucherin trippelte wie ein Hund hinter ihm her und bemühte sich, ein Gespräch anzuknüpfen. Werden Sie es auch sicher abgeben? Natürlich, wenn ich es gesagt habe. Und werden Sie den Herrn Oberleutnant auch finden? Na, das glaube ich nicht. Und wo, glauben Sie, könnte er denn sein? Ja, das weiß ich nicht. Und damit war der Versuch, sich mit Schweig zu verständigen, endgültig beendet und der weitere Weg in die Kaserne verlief in völligem Schweigen. Schweig forderte die junge Dame auf zu warten und dann ging er hinauf in die Kanzlei. Mellehor, Samster Oberleutnant, eine Dame schickt Ihnen diesen Brief und wartet auf Antwort. Dabei zwinkerte er bedeutungsvoll und vertraulich. Was er da las, machte auf den Oberleutnant keinen günstigen Eindruck. Lieber Heinrich, mein Mann verfolgt mich. Ich muss unbedingt bei dir ein paar Tage gastieren. Dein Bursche ist ein großes Rindvieh. Ich bin unglücklich. Deine Kathi. Oberleutnant Lukas seufzte. Die Dame schreibt, dass Sie ein Rindvieh sind. Was haben Sie ihr denn gemacht? Ich habe hier gar nichts gemacht, melde Gehorsamst, Herr Oberleutnant. Ich habe mich sehr anständig benommen, aber sie hat sich gleich in der Wohnung niederlassen wollen und weil ich von Ihnen keinen Befehl bekommen habe, habe ich Sie nicht in der Wohnung gelassen, melde Gehorsamst, Herr Oberleutnant. Ach, ist das ein schwerer Fall? Ein schwerer Fall, wiederholte der Oberleutnant. Schließlich setzte er sich an den Tisch und schrieb, Teure Kathi, im Dienst bis neun Uhr Abend, komme um zehn. Bitte fühl dich bei mir wie zu Hause. Was Schweig meinen Diener betrifft, habe ich ihm bereits Befehl gegeben, dich in allem zufriedenzustellen. Dein Heinrich. Diesen Brief, sagte der Oberleutnant, übergeben Sie der gnädigen Frau. Ich befehle Ihnen, dass Sie sich zu ihr ehrerbietig und taktvoll benehmen und alle Ihre Wünsche erfüllen, die Ihnen ein Befehl sein müssen. Sie müssen sich galant benehmen und sie ehrlich bedienen. Hier haben Sie hundert Kronen, die Sie mir verrechnen werden. Vielleicht wird Sie sie um etwas schicken und Sie werden ein Mieter gegessen für Sie bestellen, Nachtmahl und so weiter und dann kaufen Sie drei Flaschen Wein und eine Schachtel Memphis. So, noch einmal lege ich Ihnen ans Herz, dass Sie ihr tun müssen, was Sie ihr an den Augen abschicken, sehen. Die junge Dame hatte bereits alle Hoffnung verloren, Schweig wiederzusehen. Er salutierte, überreichte den Brief und meldete, nach dem Befehl von Herrn Oberleutnant soll ich mich zu Ihnen, gnädige Frau, ehrerbietig und taktvoll benehmen und Sie ehrlich bedienen und Ihnen alles machen, was ich Ihnen an den Augen absehe. Als sie den Brief gelesen hatte, kehrte ihre Energie zurück. Sie fuhr nach Hause. In der Wohnung spielte sie ausgezeichnet die Rolle der Hausfrau. Schweig musste die Koffer ins Schlafzimmer tragen, auf dem Hof die Teppiche klopfen. Alles schien davon zu zeugen, dass sie sich für lange Zeit in dieser Stellung einzugraben gedenke. Schweig schwitzte. Als er die Teppiche geklopft hatte, fiel ihr ein, man müsse die Gardinen herunternehmen und reinigen. Dann erhielt er den Befehl, in Zimmer und Küche die Fenster zu putzen. Hierauf fing sie an, die Möbel umzustellen. Sie kehrte alles in der Wohnung von oben nach unten. Doch allmählich begann ihre Energie sie im Einrichten des Nestes zu verpuffen und der Raubzug flaute ab. Aus dem Wäscheschrank nahm sie noch saubere Bettwäsche, überzog selbst Polster und Betten und man merkte, dass sie dies mit Liebe zum Bett tat, das in ihr ein sinnliches Beben der Nüsterne vorrief. Dann ließ sie Schweig das Mittagessen und Wein holen und bevor er zurückkam, zog sie ein durchsichtiges Negligee an, das sie ungewöhnlich verführerisch und reizend erscheinen ließ. Beim Mittagessen trang sie eine Flasche Wein aus, rauchte viele Memphis, legte sich ins Bett, während Schweig sich in der Küche am Kommissbrot gütlich tat, das in ein Glas mit süßen Schnaps tunkte. Schweig, ertönte es aus dem Schlafzimmer, Schweig? Schweig öffnete die Tür und erblickte die junge Dame in einer reizvollen Lage in den Kissen. Den zarten Stoff zurückschlagend, der alles verhüllte und verbarg, sagte sie streng, treten Sie näher. So geschah es, dass der brave Soldat Schweig dem Oberleutnant melden konnte, als dieser aus der Kaserne nach Hause kam. Melior Samste, Oberleutnant, ich habe alle Wünsche der gnädigen Frau Erfe und sie ihrem Befehl gemäß ehrlich bedient. Ich danke Ihnen, Schweig, sagte der Oberleutnant. Hatte Sie viele Wünsche? Beileif ich sechs, antwortete Schweig. Jetzt schläft sie wie erschlagen von der Fahrt. Ich habe ihr alles gemacht, was ich ihr an den Augen abgesehen habe. und wenn ich sie verholt habe, es geht um Gottes, schläft sie abgesehen. Dann habe ich ja